Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du Geld auf Trade Republic einzahlen kannst. Und zwar gehen wir zuerst in die Trade Republic App rein und dann sind wir hier beim Portfolio. Wir sehen hier ganz unten rechts die Option Einzahlen, da klicken wir dann drauf. Und dann gibt es drei Optionen, die Kreditkarte, Apple Pay und die Überweisung. Ich empfehle es, über die Überweisung zu machen. Wenn wir nämlich auf Apple Pay gehen und zum Beispiel 10 Euro auswählen, sehen wir, dass noch eine Gebühr dazu kommt. Wenn du höhere Beträge einzahlst, macht das schon mal einen Unterschied. Die Überweisung ist nämlich kostenlos. Wir klicken auf Überweisung und zwar funktioniert das ganz einfach. Du hast hier deine IBAN, die du gerade nicht siehst, aber bei dir wird es angezeigt. Und auf diese IBAN überweist du dann mit deinem normalen Konto. Wichtig dabei ist, dass nur SEPA-Überweisungen unterstützt werden und dass das Konto auf deinem Namen laufen muss. Und Einzahlungen, wo man das halt nicht zuordnen kann, da funktioniert es nicht. Aber solange irgendein Konto zum Beispiel bei der Commerzbank einfach dir gehört, gibt es kein Problem. Wenn du dann eine Überweisung an diese IBAN getätigt hast, dauert das ungefähr zwei bis drei Arbeitstage und dann ist das Geld auf dein Konto und du kannst es investieren. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und tschüss.